Großvater! Ich bin wieder da! Großvater! Großvater? Wo bist du? Josef? Glückwunsch und alles Gute für Dörflis neuen Telegrafen. Gezeichnet, Telegrafenamt in Mainfeld. Sehr gut! Großvater! Heidi! Es ist Heidi! Großmutter! Großvater ist weg! Wir müssen ihm sagen, dass er zurückkommen soll! Heidi, du bist hier! Das scheint mir eine gute Gelegenheit, um unser erstes Telegramm über den Telegrafen von Dörflis nach Mainfeld zu versenden. Wir schicken Großvater eine Nachricht? Für das H viermal kurz. E einmal kurz. I zweimal kurz. Wieso dauert das so lange, Herr Lira? Wir müssen uns beeilen, bevor Großvater weg ist. Das weiß ich, Heidi. Verzeihung, gnädiger Herr. Wann werden wir Gewissheit haben? Vermutlich erst dann, wenn der nächste Zug im Dörfli einfährt und ihr Großvater aussteigt. Großvater! Du bist hier! 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 Das ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Was? Die Mundharmonika? Nein. Dass du wieder da bist.